Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist mein kleiner Fundraising-Kongress-Recap hier auf sozialmarketing.de. Ich war seit langer Zeit endlich mal wieder nur Teilnehmer und das nur ist ganz, ganz positiv gemeint, denn so hatte ich wirklich schön viel Zeit für viele Gespräche mit vielen lieben Kolleginnen und Kollegen und dafür sei an dieser Stelle auch nochmal einmal herzlichst gedankt. Vielen Dank. Mein erstes persönliches Highlight war dann auch wirklich wie schon von anderen hier in den Recaps der Workshop, der sich mit der Zukunft des Deutschen Fundraising-Verbandes beschäftigt hat. Was ich dort nämlich erleben durfte, war etwas sehr Besonderes, wie ich fand 50 Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Zukunft und Gegenwart eben, aber in erster Linie Zukunft des Deutschen Fundraising-Verbandes auseinandergesetzt haben und ja, es war einfach eine wahnsinns gute Energie den ganzen Tag in diesem Raum. Es wurde ja mit Open Space Methode gearbeitet und an insgesamt zwölf Themen, wie zum Beispiel, was hatten wir da, Governance, Pressearbeit oder Lobbyarbeit, auch natürlich wichtiges Thema. Und aber auch sehr spannend fand ich, Mehrwert durch den Deutschen Fundraising-Verband. Also wir alle, welchen Mehrwert haben wir denn eigentlich durch den Verband? Und ja, letztendlich fand ich, wurde da jetzt so für den neuen, es gibt ja einen neuen Vorstand jetzt im Deutschen Fundraising-Verband, wurde dort einen Fahrplan erarbeitet. Also der Vorstand kann theoretisch direkt einsteigen in die Arbeit und machen, machen, machen. Na klar haben die jetzt, die Kolleginnen im Vorstand und Kollegen, denen die schwierigste Aufgabe, nämlich Prioritäten zu setzen. Dabei aber schon mal jetzt viel Erfolg. Drei Seminare habe ich auch mitgemacht. Leider habe ich gar nicht so viele Seminare mitgemacht, denn ich habe mich wirklich fokussiert und konzentriert auf Gespräche. Aber drei möchte ich herausstellen, die ich mitgemacht habe. Das war einmal mit Daniel Böhle, Psychologie des Spendens und hier ein Learning, was ich hatte, eine Auffrissung eines Learnings. Menschen orientieren sich an Menschen. Also wir sind Herdentiere und tun das, was andere eben schon tun. Warum denn dann nicht mal schreiben? Am Ende für dieses und jenes Projekt brauchen wir ihre Spende. Viele andere Menschen haben dafür schon gespendet. Bitte seien auch sie mit dabei. Ja, das machen wir nämlich gar nicht so oft, weil wir dann doch eher die Angst haben, dass wenn wir schreiben, dass schon andere dafür spenden würden, dass dann eben keiner sonst mehr spenden würde. Ist aber entgegen dem Trend, was so die Psychologin Daniel Böhle sagt. Dann ein spannender Workshop, Seminar, Marketing für Kliniken. Also wie können denn Kliniken einfach ihren Außenauftritt nach verbessern? Und da hatten wir einen Experten, der wirklich ein Experte war und uns verschiedene Beispiele gezeigt hat, was denn da so alles möglich ist. Ja, ich kann da gerne auch nochmal ein, zwei Links dann schicken. Einfach eine Nachricht an mich und dann kann ich da mal eine gute Seite empfehlen. Und dann noch, last but not least, habe ich mir Tony Meyers gegeben aus Kanada, der Großspenden-Klassiker eben zum Schluss gebracht hat und auch hier sehr spannend. Eine Sache, ein Learning, was auch wieder eher eine Auffrischung war, dass Fundraising Boards oder Kuratorien oder wie auch immer, wo echt gute Leute oftmals drin sitzen, auch die brauchen ganz einfach eine Liste, wir müssen dieses tun und jenes tun, um das zu tun und die muss nach Prioritäten aufgeteilt werden. Es müssen Verantwortlichkeiten verteilt werden. Auch das brauchen Kuratoren in solchen Runden. Es gab natürlich auch wieder Punkte, die zu verbessern sind auf diesem Kongress. Klar, es wäre ja auch sonst langweilig. Es muss ja auch immer wieder Luft nach oben geben, oder? Sonst könnten wir ja nichts fürs nächste Mal verbessern. Nur eines rausgegriffen, Keynotes. Auch an anderer Stelle wurde darüber schon gesprochen. Ich würde gerne diesen Fundcast jetzt auch nutzen, um einfach mal ein paar Standards festzulegen, die vielleicht von Keynote-Speakern abgefragt werden sollten. Also, eine Keynote muss frei vorgetragen sein. Eine Keynote muss sympathisch, ein Speaker muss sympathisch rüberkommen. Er muss begeistern, oder sie natürlich muss begeistern. Es müssen Inhalte drin vorkommen, mit denen ich dann am nächsten Tag etwas anderes machen kann. Und der Keynote-Speaker, Speakerin muss begeistern. Ich finde, das sind so fünf Standards, die man einfach von Keynote-Speakern erwarten kann. Ich bin gespannt, was da im nächsten Jahr dann an Speakerin ausgewählt wird. Sind wir jetzt schon am Schluss? Nein, wir sind noch nicht am Schluss. Es kam noch die Mitgliederversammlung vom Deutschen Fundraising-Verband. Es wurde wie erwartet, der ein neuer Vorstand gewählt. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die neu jetzt im Vorstand sind. Und nochmal vielen herzlichen Dank an alle scheidenden Vorstandsmitglieder, die eine gute Arbeit geleistet haben die letzten Jahre. Und ja, eine Sache zum Schluss noch in eigener Sache. Auch ich habe jetzt mich entschlossen, mein ehrenamtliches Engagement fürs Fundraising dem Ganzen mal eine Position zu geben. Und vielen herzlichen Dank auch für das Vertrauen. Ich wurde in den Beirat gewählt und freue mich auf diese Art und Weise jetzt den Deutschen Fundraising-Verband und damit eben das Fundraising an sich in Deutschland zu begleiten und unterstützen. Ich glaube, das war's. Jawohl. Insgesamt eine runde Sache der ganze Kongress. Es gibt Luft nach oben. Natürlich muss es ja auch geben, sonst wäre es langweilig und ich freue mich schon auf nächstes Jahr wieder beim Deutschen Fundraising Kongress. Ich glaube dann auch in einer anderen Location. Wir sind gespannt. Bis bald. Tschüss.